Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute komme ich mal wieder zu einer Zuschauerfrage und zwar zu meinem Ansteckmikrofonen. Und zwar genauer gesagt, wie verwende ich sie, wie pegele ich sie aus und mit welchem Programm bearbeite ich sie wie. Das gibt so eine Art Schnellabriss, damit ihr das mal grob nachvollziehen könnt, wie ich das mache und dann vielleicht auch euch was ein bisschen aus diesem Video stibizen könnt. So, wie die meisten von euch wissen, benutze ich sehr gerne diese Aufzeichnungsrekorder. Ich habe da verschiedene von oder benutze auch teilweise meine Kameras, indem ich die Ansteckmikrofone direkt anschließe. Im Großen und Ganzen verwende ich eigentlich nur zwei Typen von Ansteckmikrofonen. Eigentlich entweder Stereo-Mikrofone oder Mono-Mikrofone. Ich bevorzuge Mono-Mikrofone, denn im Endeffekt habe ich hier nur eine Stimme und muss hier auch nur einen Ton, eine Stimme aufzeichnen und arbeite damit dann lieber mit Mono-Ansteckmikrofonen. Hier zum Beispiel benutze ich jetzt gerade das Sennheiser ME2. Es gibt aber auch günstigere Mikrofone, wie zum Beispiel hier habe ich eins von Sony. Das ist so ein einfaches Diktiergerät-Ansteckmikrofon. Im Großen und Ganzen ist eigentlich jedes Ansteckmikrofon, was halbwegs was taugt, besser als die internen Mikrofone der Kameras oder irgendwelche Mikrofone, die ziemlich weit weg von euch stehen. So, um jetzt diese Mikrofone zu verwenden, benutze ich, wie ihr wisst, ja meistens meine Rekorder. Und da gibt es ein kleines Problem, besonders wenn man die Mono-Mikrofone verwendet. Man nimmt in der Regel dann mit einer Stereo-Spur auf, hat aber dann quasi nur eine Spur von diesen beiden Spuren belegt. Das kann dann mitunter zu Problemen führen. Dann hat man auf einer Spur einen sehr sauberen, guten Ton und auf der zweiten Spur hat man dann ein leichtes Rauschen, was dann im ganzen Video nervt. Ich sehe es auch immer wieder auf YouTube, dass Videos hochgeladen werden, wo mit einem Mono-Mikrofon gearbeitet wurde, zum Beispiel auch an einer Kamera. Und diese Spur wurde dann nicht mehr nachträglich bearbeitet. Und wenn man diese Videos dann mit Kopfhörer sich anhört oder mit großen Boxen, die irgendwie ziemlich weit auseinander stehen, hat man dann einen blöden Effekt. Auf einer Box oder auf einem Kopfhörer hat man dann Ton und auf der anderen Box oder auf den anderen Kopfhörer hat man gar nichts oder nur ein Rauschen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das bearbeite oder wie ich damit umgehe. Ich nehme jetzt hier einfach meinen Rekorder, spreche eine kleine Tonspur ein und zwar im Mono und im Stereo und transportiere die jetzt auf meinem Rechner und zeige euch zwei Wege, wie ihr die so bearbeiten könnt, dass ihr damit vernünftig arbeiten könnt. So, hier sehen wir jetzt meinen Monitor. Ich habe jetzt einfach mal Video Pro X von Magix aufgemacht. Das ist eigentlich ziemlich identisch auch mit den ganzen Video Deluxe-Versionen, die hier rumgeistern. Und hier sehen wir jetzt zwei Tonspuren, die ich aufgezeichnet habe. Einmal in Stereo, einmal in Mono. Beginnen wir mit der Monotonspur. Die ziehe ich jetzt hier in meine Videospur und wir sehen sie auch gleich liegen. Wenn ich diese jetzt abspiele, haben wir nur auf einem Kopfhörer oder auf einer Box einen Ton. Ich kann das jetzt einfach mal kurz abspielen. Das ist eine Testaufnahme mit einem Monomikrofon und ihr habt gemerkt, dass es nur auf einer Box oder auf einem Kopfhörer angekommen ist. Das ist natürlich sehr nervig und das kann man in Magix auch ganz schnell lösen, das Problem, indem ihr einfach hier auf die Tonspur klickt mit der rechten Maustaste, klickt auf das Wort Audio Cleaning und jetzt haben wir hier so eine Art Bearbeitungsmenü vor uns liegen. Hier finden wir den Punkt Stereo FX und hier unter Stereo FX haben wir einen Punkt Voreinstellungen. Dort klickt ihr einfach mal drauf und sucht euch den Punkt Mono heraus. Hier, das bestätigt ihr jetzt einfach mit OK und jetzt hören wir uns die Tonspur noch einmal an. Das ist eine Testaufnahme mit einem Monomikrofon und wie wir sehen, hat sich dann mit einem Schlag dieses Problem behoben, denn der Computer oder man sagt das Programm hat er jetzt eine Monospur daraus gearbeitet. Meistens benutze ich allerdings nicht diese im Videoschnittprogramm vorhandene Tonbearbeitungssoftware. Ich benutze meistens Adobe Audition und hier hat man wesentlich mehr Möglichkeiten. Ich importiere einfach wieder meine zwei Tonspuren, indem ich sie einfach hier in das Ablagefeld ziehe und durch einfaches Anklicken kriegen wir hier jetzt eine Wellenform dargestellt. Bei dem Stereo Signal haben wir hier unsere Stereo Wellenform und bei dem Mono Signal haben wir eine Mono Wellenform und eine Spur wo wir nichts sehen. Beginnen wir erstmal mit dem Mono Signal. Das bearbeite ich in Adobe Audition ganz einfach. Ich klicke hier mit der rechten Maustaste auf die Datei und wähle den Punkt Kanäle in Mono Datei extrahieren. Jetzt rechnet das Programm kurz und ich bekomme hier unten zwei einzelne Dateien aufgeführt und jede ist eine Mono Datei. Die eine hat die rechte Spur und die andere hat die linke Spur. Jetzt brauche ich mir einfach nur die Spur auszuwählen, in der sich mein Tonsignal befindet von dem Monos Mikrofon. So und jetzt haben wir sofort eine vernünftige Mono Spur, die wir auf beiden Kopfhörern und auf beiden Boxen abspielen können. Das brauche ich jetzt einfach nur noch zu speichern, indem ich unter Datei exportieren, Datei wähle und mir den Speicherort aussuche und diese Datei einfach exportiere. Wir können sie uns auch nochmal anhören. So hört sich das dann als Mono Datei an, die ich auf beiden Kopfhörern höre. Das ist eine Testaufnahme mit einem Mono Mikrofon und wir sehen das Problem wurde ohne Probleme behoben. So und hier nochmal ein kleiner Zusatztipp. Wir haben ja hier auch noch unsere Stereo Datei liegen mit den beiden Kanälen. Und hier habe ich auch öfters mal das Problem, wenn ich Ansteckmikrofone verwende, dass sie nicht korrekt gerade an meinem Pullover, an meiner Jacke hängen. Und wenn sie leicht schief hängen, haben wir ein Mikrofon, was näher an meinem Mund ist und eins, was weiter weg von meinem Mund ist. Das kann Vor- und Nachteile haben. Das Mikrofon, was meistens näher an meinem Mund ist, hat meistens den schlechteren Ton, weil dort der Ton in der Regel etwas zu laut aufgezeichnet wird und auch meine Atemgeräusche mehr zu hören sind. Das sieht man dann meistens an der Spur. Wir schauen uns hier mal die Spur an. Hier diese Spur hat viel mehr Ausschläge als die untere Spur. Die untere Spur wirkt im Großen und Ganzen viel leiser. Und hier mache ich auch meistens folgendes, da ich ja eigentlich kein Stereo Signal brauche. Ich klicke auch hier mit der rechten Maustaste auf die Datei und extrahiere das wieder ins Mono. Und jetzt kann ich mir aus den beiden Spuren eine aussuchen und zwar die, die am besten klingt. Wir haben hier die eine und hier die andere. Und wir sehen bei der zweiten Spur, in dem Fall bei der rechten Spur, haben wir viel weniger hohe Ausschläge. Das heißt, wir haben viel weniger das Mikrofon übersteuert oder die Aufnahme übersteuert. Das heißt, diese Aufnahme ist in der Regel besser und die wähle ich mir jetzt und exportiere sie in eine Datei und kann sie dann in mein Video einfügen. Damit habe ich dann mit einem ganz kleinen Trick einfach den Ton schon wesentlich verbessert. So und zu guter Letzt schauen wir uns das Ganze nochmal im Premiere Pro CS 6 an. Hier kann man auch diese Monospuren und Stereospuren schön bearbeiten. Das geht auch ziemlich schnell. Ich habe hier einfach diese beiden Spuren nochmal eingefügt. Wir haben hier die Stereospur und hier die Monospur. Kümmern wir uns zuerst mal um die Monospur. Wenn ich das jetzt wieder abspiele, hören wir wieder nur auf einem Lautsprecher den Ton. Das ist eine Testaufnahme mit einem Monomikrofon. Und das möchte ich auch hier ganz schnell beheben. Dafür schaue ich mir einfach die Tonspur mal näher an. Wir haben hier ein L stehen und hier ein R. Das heißt links befindet sich meine Tonspur, rechts nichts oder mehr zu sagen nur ein Rauschen. Um das jetzt zu bearbeiten, klicke ich die zu bearbeitende Spur an, gehe in Effekte, wähle die Audioeffekte und wähle hier jetzt links ausfüllen. Das ist wichtig. Wir haben hier links unsere Tonspur liegen und mit dieser füllen wir jetzt das komplette Tonsignal aus. Und das ziehen wir entweder direkt auf die Spur oder hier oben in unsere Effekteinstellungen. Und schon haben wir es wirksam. Das heißt, wir hören jetzt nur noch die linke Spur auf beiden Boxen oder Lautsprechern. Wir hören uns das einfach nochmal an. Das ist eine Testaufnahme mit einem Monomikrofon. Wir sehen, so haben wir das Problem auch in Adobe Premiere CS6 sofort gelöst. Hier kann ich natürlich jetzt auch ein bisschen weiter arbeiten und meine Stereospur nochmal bearbeiten, indem ich hier auch entweder links oder rechts ausfülle. Je nachdem, welche der beiden einzelnen Stereospuren mir am besten gefallen, kann ich diese hier nochmal raus extrahieren und dann mich für eine entscheiden. So, das war es heute im Großen und Ganzen von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte damit die Frage beantworten und sage hiermit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. All Quốc auf YouTube. Untertitelung des ZDF, 2020